Es gibt einen Bericht, dass niemand Prinz Harry und Meghan Markle in Großbritannien will, nachdem berichtet wurde, dass sie der königlichen Familie einen Olivenzweig reichen würden. Anfang dieses Monats wurde berichtet, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex hoffen, ihre angespannte Beziehung zu Prinz William durch die Anmietung einer Wohnung im Kensington Palace zu verbessern. Ein königlicher Insider behauptet jedoch, dass die Hilfe des im Exil lebenden Königsbares auf heimischem Boden einfach nicht erwünscht sei. Sie wollen zurückkommen. Sie wollten ein Zimmer in einem der Paläste mieten und dort sein, um zu helfen, aber niemand möchte, dass sie helfen, sagte der Insider. Die königliche Familie vertraut Harry einfach nicht, für den Fall, dass er alles verkauft, was man ihm sagt. Harrys Rückkehr nach Großbritannien wird einen Tag vor den für September geplanten Invictus Games in Deutschland erfolgen. Trotz der Nähe des Ereignisses scheinen Harry und Meghan eine negative Reaktion von Veteranen erhalten zu haben. In einem aktuellen Interview behauptet Angela Levin, dass die Menschen in Kanada versuchen, den nächsten Invictus zu stoppen. Die nächsten Invictus Games sind für 2025 geplant. Sie äußert sich jedoch etwas unklar darüber, was genau sie stoppen wollen, die Spiele, die Teilnahme von Harry und Meghan oder etwas anderes. Berichten zufolge haben die Sussexes die Kanadier Millionen von Dollar gekostet, um Sicherheit zu bieten, auf die sie keinen Anspruch hatten, als sie die britische Königsfamilie zum ersten Mal verließen. Ein kanadischer Kommentator bemerkte, Meghan und Harry wollen nach Wissler kommen, und anscheinend wird es uns rund 15 Millionen Dollar kosten. Die Leute sind wütend, dass Trude dafür Geld ausgibt und nicht für soziale Programme, die dringend Finanzierung benötigen. Niemand hat Lust auf die PR-Party von Harry und Meghan, zumal sie uns im Urlaub hier bereits bis zu 50.000 US-Dollar an Polizeischutz gekostet hat. Als ihnen schon klar war, dass sie als arbeitende Royals nicht weitermachen würden, zogen sie nach Kalifornien. Sie haben uns ausgenutzt, und das wurde nicht geschätzt. Ein anderer Bewohner äußerte, viele von uns mögen einen weinerlichen Prinzen und seine Instagram-liebende Frau nicht besonders. Fragen Sie einfach einige unserer Veteranen, wie es ihnen gerade geht. Ich wette, 15 Millionen Dollar wären besser für sie angelegt, als für ihre Designer-Garderobe und ihre Luxusunterkunft zu bezahlen. Es gibt viele Leute von Invictus, die wütend auf das Paar sind und auf verschiedenen Websites Kommentare dazu abgegeben haben. Auch die Überarbeitung des Programms im letzten Jahr, bei der die Hilfe für Helden gestrichen wurde, der Better-Rub-Vertrag aber beibehalten wurde, weil Harry darauf bestand, wurde ebenfalls nicht gut aufgenommen. Wir haben gesehen, dass es Harry viel mehr um die Aufrechterhaltung der Beziehungen zum amerikanischen Militär geht, als um die Beziehungen zum britischen oder Commonwealth-Militär. Es ist erwähnenswert, dass Harry kein Geld an Invictus gespendet hat, die letzte große großzügige Spende kam von den Cambridges, nicht von Harry. Die Invictus-Leute sind nicht hier, um Meghan und Harry eine Plattform zum Angeben zu bieten.